Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder Marc von BikenTV und ja leider wieder nicht ganz fit. Kindergartenkind heißt man hat immer schöne Erkältungen, Infekte und manchmal hat man einen Monat Ruhe oder so, aber dann kommen drei am Stück und das war jetzt auch wieder der Fall über Weihnachten. Deswegen drehe ich erst nächste Woche neue Videos draußen mit dem Fahrrad und möchte euch jetzt ein Thema näher bringen. Also ihr habt vielleicht gemerkt mit dem Beitrag über das Fettbiken im Schnee, das war von einem Fernsehbeitrag aus 2022, verlinke ich jetzt mal unten, den habe ich vor der letzten Woche online gestellt und dann auch noch mit Sam Pilgrim das Video, das heißt ein paar Aufnahmen, wo ich mal woanders aktiv war, also nicht direkt auf meinem Kanal, die möchte ich euch jetzt mal zeigen, die möchte ich euch nicht weiter vorenthalten, davon waren einige im Fernsehen, manche waren bei anderen YouTubern im Kanal. Mal gucken, wo ich da die Erlaubnis kriege, das mal zu zeigen, für alle, die es nicht gesehen haben. Und ja, heute ein Beitrag im WDR und ich möchte mal kurz fragen, wenn ihr Mountainbiker im Fernsehen seht, also das ist ja manchmal in Fernsehserien, manchmal aber auch in Beiträgen auf Sendungen über allgemeine Themen, gibt es Mountainbike immer mal wieder als Thema, gerade durch das E-Mountainbike kam das mehr. Wie habt ihr das Gefühl, werden die Mountainbiker dargestellt? Wie ist das Image? Auch in Filmen manchmal oder so, sind das so diese wilden Raudis oder sind das eher so die durchtrainierten Fitnessleute mit ganz engen Klamotten wie Rennradfahrer? Welches Image seht ihr da so vorherrschend aus eurer subjektiven Sicht? Letztens war Sven Hannawald, der Skispringer im Fernsehen bei Joko und Klaas. Das war ein bisschen wahnwitzig, weil er direkt so ein mega schweres Rennen fahren musste in den französischen Alpen und ja, es gibt immer so legendäre Sachen wie zum Beispiel Stefan Raab, der sich vor zehn Jahren oder so bei Schlag den Raab das Jochbein gebrochen hat und zweimal übelst gestürzt ist bei der Mountainbike Challenge oder bei dem Mountainbike Spiel und hatte eine Gehirnerschütterung, also das war echt heftig. Und ja, genau, der Beitrag jetzt geht über Fahrsicherheit für E-Mountainbiker und ob E-Biken auch für junge Leute ein Thema ist. Ist nicht ganz neu, der Beitrag, seht ihr, ist ein paar Jahre alt, aber ihr hört sehen, cool, ja, dass ich den machen durfte und ich freue mich, dass ihr den auch mal in dem Kanal hier sehen könnt. Liebe Grüße und ich freue mich auf die nächsten Draußen-Outdoor-Videos. Ciao! Steile Hügel, rasante Abfahrten. Mark Brodesser aus Bonn fährt vor allem bei steilen Waldtouren auf die elektrische Unterstützung ab. Zurück in Bonn. Freundin Lisa ist nur so schnell, weil sie ein E-Mountainbike benutzt. Der Trend für junge Leute. Das E-Bike als Sportgerät. Also das Coole bei Mountainbiken mit dem E-Motor ist einfach, dass die Hemmschwelle, das einfach mal zu probieren, viel geringer ist, weil auch weniger Trainierte den Berg hochkommen oder auch mal steile Berge hochkommen. Also am Anfang hatte ich schon viel Respekt, aber wenn man dann merkt, es funktioniert mit dem E-Bike, also mit einem normalen Mountainbike würde ich dann nicht hochfahren, aber so funktioniert es dann und dann ist man doch auch stolz und es macht Spaß. Genau das vermittelt Mountainbiker Mark auch in seinem Sicherheitstraining. Balance, Körpergefühl und das richtige Bremsen. Denn die über 20 Kilo schweren E-Bikes lassen sich nicht per Rücktritt bremsen. Der Fahrer muss lernen, die Handbremse schleifend einzusetzen. Wer falsch bremst, der verliert. Und ich sage immer, die Bremsen sind der beste Freund. Gerade die vordere Bremse überträgt den ganz großen Teil der Bremskräfte. Deswegen sollte man sie kennen und lieben lernen. 俺 Gott gibt es so weit. Und ich will es+, little mehr haben, die Lügen auch vermeiden. Schleifrich, wenn man sie nicht mehr över Helm岸, wollte dinosaurs auch nicht mehr gesprochen haben. Hallева hat einenne understanding des пуses Systems. Schleif